malzeit und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde um sie zwei den Omibus Simulator wir befinden uns auf der Metropole Ruhr Karte am Gelsenkichner Bahnhof und wir fahren heute mit einem Sohn und Lose Solars Orbino 18 auf der Linie 383 von der Borgesstra mit dem passenden Repaint von Saturn und wir haben gerade in den Kollegen abgelöst der gerade im Olden im Feieramtag schönen guten Tag der Jo ähm ich wollte euch mal was sagen und zwar habe ich nebenbei bin ich noch habe ich noch eine virtuelle Spedition die inter Logistik hinter Logistik ist eine virtuelle Spedition die sich auf dem Bereich ETS und ATS bezieht ETS ist der Euro Truck Simulator 2 und ATS ist der American Truck Simulator wo es zur Zeit vom American Truck Simulator nicht viele Videos gibt und auch nicht viel zu tun gibt weil wir da noch nicht so richtig aktiv sind dazu zu dem Video das ist gestern erschienen Quatsch heute Morgen erschienen und ja da möchte ich euch dann später den Link in die Video Beschreibung packen das könnt ihr euch dann gerne mal angucken wenn ihr möchtet ja wenn ihr ETS oder auch ATS spielen wollt könnt ihr gerne zu uns kommen wir sind offen was das so angeht ja ich hoffe euch macht dieses Video erstmal Spaß und ja demnächst werden auch noch mehrere Videos wieder folgen von um sie 2 auf meinem Kanal vielleicht auch mal vom American Truck Simulator und auch von ETS muss ich mal schauen wie ich das zeitlich hinkriege ja ähm so das wärs eigentlich schon so im Ganzen ja ähm was kann ja was kann ich euch zu ähm um sie erzählen ja Metropole Ruhr wird immer durch Updates erneuert und verschönert ähm das sollte natürlich klar sein nebenbei wird ja groß umgebaut in Gelsenkirchenboa am Rathaus kriegt ja einen neuen Busbahnhof soll im nächsten Update kommen soviel wie ich weiß von Gelsenkirchen Hauptbahnhof wird ja auch zur Zeit umgebaut ähm da soll's glaube ich soviel wie ich gelesen habe in einem Forum ähm soll es auch bald erscheinen ja wir fahren die Linie 383 habe ich ja schon erwähnt von Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Gelsenkirchen-Burbura Straße ähm über den über die Haltestelle Gelsenkirchen-Nordstellenpark ja da kommt der 389er ja ähm ich hoffe wir kommen ohne Fehler durch und ohne Verkehrshaus ja ich habe gerade schon eine Aufnahme gestartet aber da habe ich mich leider verfahren deswegen muss ich das wer von vorne anfangen ja das muss das muss ja natürlich könnt ihr auch bei dem Video kommentieren leiten abonnieren könnte alles machen was ihr wollt ja meine Güte ey ne 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 das ist echt nicht nur mal bei euch ja ähm ich entschuldige mich schon mal für diese bescheidende Tonqualität von Omsi ich gucke dass ich das zum nächsten Video wieder vernünftig hinkriege ja zu dem Bus der Bus ist ein 18 Meter Bus mit Gelenk wurde zwischen 2004 und 2009 gebaut und fährt bis heute noch bei der Bogestra dem Linienverkehr Un Daddy bis hin ein bisschen vorne so guten Tag guten Tag hallo 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 von gelsenkirchen da finden regelmäßig auch veranstaltungen statt dafür bitte bei google nach musiktheater suchen gelsenkirchen wenn wir nach wenn wir es rechts abbiegen würden wir auf der linie 381 und 380 nach gelsenkirchenburg rathaus fahren diese fahren dann über die schalker meile hallo ja meine damen und herren wenn sie jetzt nichts rausgucken sehen wir das musiktheater ganz vielen leuten warbino 18 version 4 new generation so 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 Ich habe noch ein paar Mal hier, aber ich habe noch ein paar Mal hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Auf geht's, here we go. Ja, was soll ich großartig erzählen? Die Linie 383 fährt eigentlich von Bochum-Gönigfeld-Ulrichstraße nach Gelsenkirchen-Bohr-Rathaus oder auch als Zweitlinie, das ist ein Zweiläufer. Fährt auch diese Linie über Gelsenkirchen-Rothausen, meine ich. Blümtgehöhlen, genau, blümtgehöhlen. Und ja, das ist bis jetzt in Omsena noch nicht ausgebaut worden. Ich hoffe, es kommt noch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, und zur Zeit fährt die nur Gelsenkirchen-Bohr-Straße in Gelsenkirchen-Bohr-Rathaus, nach Gelsenkirchen-Hauptbahnhof und auch wieder zurück. Hallöchen! Ja, der nette Autofahrer wartet da hinten. Auch gut. Ja, was soll man noch großartig so erzählen? Ja, es gab jetzt das Hamburger Stadt-Bus-Add-On. Dieses habe ich mir auch zugelegt oder wurde mir geschenkt. Ja, wenn ihr das sehen wollt, dann werde ich euch das natürlich auch nicht entgehen lassen und werde euch noch die 18-Meter-Variante präsentieren. Und auch die 21-Meter-Variante. Wir haben ja schon ein Video davon. Gab es ja schon, gibt es ja schon, ähm, mit dem 15-Meter-Bus von diesem Hamburger Stadt-Bus-Add-On. Das war, glaube ich, zum Event der Palmkirmes, bin ich mit dem Bus gefahren. Den Link dazu packe ich euch jetzt oben rechts in das Video und auch den Link dazu in die Videobeschreibung. Ne, das war gar nicht, ähm, zur Palmkirmes, ähm, ne, war es gar nicht. Das war die Linie 249, die ich gedreht habe, ähm, oder gefahren bin und ein Let's Play rausgemacht habe. Und da bin ich mit der, mit dem Hamburger Bus, ähm, mit dem C2 New Generation, äh, 15-Meter-Variante bin ich da gefahren. Und, ja, war, glaube ich, ist ein Zwei-Teiler rausgeworden. Ich hoffe mal, dass man dies, dass ich diese Linie dann als Komplettlinie hochladen werde. Aber wie gesagt, das werde ich dann später entscheiden, ob ich daraus ein Zwei-Teiler mache oder auch nicht. Ähm, das liegt dann ganz an der Länge des Videos. Und wenn es natürlich zu lang wird, mache ich daraus ein Zwei-Teiler, wenn nicht, dann lade ich das so, wie es ist, komplett hoch. Und da ist der, ist die SB 36, die fährt von Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Bottrop, Kirch, Hellen, Schulze, Delitzstraße. Ja, und auch demnächst habe ich mir überlegt, werde ich, euch die SB 16 präsentieren. Die fährt von Gelsenkirchen Hauptbahnhof zum Movie Park nach Bottrop, Kirch, Hellen. Und die werde ich dann auch nochmal präsentieren. Das wird aber ein Mehr-Teiler, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil komplett in einem durch wird es zu viel des Guten. Ja, die SB 16 fährt über, ja, von Essen Hauptbahnhof über Bottrop Hauptbahnhof, genau, Bottrop Hauptbahnhof, ähm, über Schulze-Delitzstraße und dann nach Bottrop, Kirch, Hellen, zum Movie Park. Und diese Linien werde ich euch, diese Linien werde ich euch dann auch präsentieren, ob ich das jetzt in einem durchdrehe oder nicht. Ähm, wie gesagt, es ist eine lange Linie und ich werde die in mehreren Teilen splitten. Wie und wie ich das mache, da habe ich jetzt noch kein Plan. Ja, natürlich, wenn ihr möchtet, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Szenario haben wollt, wie überfrierende Nässe, Schnee, Regen, Sommer, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Oder auch bei Gesichtsbuch, könnt ihr das natürlich auch kommentieren und natürlich eure Wünsche unten drunter schreiben. Genauso, wenn ihr mal eine bestimmte Linie sehen wollt, könnt ihr euch die natürlich auch wünschen. Genauso ist es wie mit dem Bus. Könnt ihr euch dann natürlich auch wünschen. Und ich versuche dann mein Bestes. Ja, wir erreichen gleich den Nordsternpark und dann ist es auch nicht mehr weit zum Gelsenkirchen-Bur-Sabora-Straße. Und, ja, wird, glaube ich, noch so knapp 5 bis 10 Minuten ungefähr circa dauern, bis wir da sind, wenn die Ampel mal grün werden würde, so wie jetzt. Ja, der Nordsternpark ist ein Park, ist eine Freizeitanlage, da können sich auch, da war mal vor ein paar Jahren, ähm, war da auch meine Modelleisenbahn aufgebaut. Ob es jetzt so ist, weiß ich leider nicht, kann ich euch leider nicht beantworten. Ah, wer halt weiß, da weiß, keine Ahnung. Ja, natürlich auch, wenn ihr Nachtexpresse sehen wollt, die verschiedenen Linien, wäre auch kein Problem. Ihr müsstet euch das dann nur wünschen. Oder ich mache es einfach frei Schnauze und lade die, macht das oder lade die hoch, wenn ich es möchte. Es gibt ja auch eine Stadtrundfahrt. Aber da muss ich ehrlich dazu sagen, ich bin die noch nie gefangen. Ah, ja, hallo. Aber wäre kein Problem, ich würde es euch dann auch abfilmen. Natürlich, wenn sie gewünscht wird, ne? Oder wenn sie halt natürlich nicht gewünscht wird, dann bleibt es halt weg. Und ich würde es euch dann auch... Und ich würde es einfach nie sagen, ich würde es euch mal wiederholen. Und ich würde es euch mögen, wenn sie sich hier ans Sehr gut sehen, wenn ihr Queensfall vorstellt. Und ich würde es euch mal sehen, wenn ihr nicht machen könnt, wenn ihr euch das sehr gut sehen ist. Und ich würde es euch mal sehen, ich würde es euch echt freuen. er tut mir leid dass er muss ein bisschen breit ist und die alte stelle ein bisschen zu kurz ist ja bleibt man ganz schön flauschig dahinten wie wärst immer mit festhalten ja natürlich habe ich auch die KI-Menschen von Alicom Volume 3 und Volume 5 mit dir eingefügt das ist mal ein bisschen belebter ist auf der Straße statt immer nur die Standard-Menschen so ist eigentlich so verb so es Vielen Dank. Vielen Dank. Hallöchen. Ja, gleich erreichen wir Gelsenkirchenburger Straße in Gelsenkirchenburg. Da ist aber zwei Haltestellen, gibt einmal jetzt hier vorne und einmal rumfahren und dann nochmal eine Haltestelle gibt, braucht ihr jetzt noch nicht abschalten und zwar erst später. Ja, ich nehme euch jetzt noch mit, einmal um den Tempel rum und dann stellen wir uns hier vorne hin und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und gut und Verhaltung. Nein, Quatsch. Dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Ja. Ja, wenn ihr zwischendurch mal die Hilfsfeile seht, dann ist, das ist nicht so, dass ich die Linie nicht auswendig kenne, aber manchmal gibt es auch Änderungen, die ich selber nicht weiß und deswegen gucke ich noch einmal fix nach. Ähm, man will ja auch vernünftiges Video annehmen. Oder, sagen wir mal eher, sich nicht verfahren. Ja, hier dreht die 383, eine 360 Grad Kurve und fährt dann zurück nach Gelsenkirchenburg zur Oberstraße. Und von da aus geht es dann wieder zurück nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof, aber für euch dann nicht, weil es dann gleich heißt, abschalten. Ja, natürlich fährt hier auch die 300. Die könnte ich euch auch nochmal zeigen, in einem anderen Video. Ja. 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 Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns beim nächsten Video und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß und gute Unterhaltung weiter hier bei YouTube. Ja. 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 Vielen Dank.